Eigentlich müsste man mich gut sehen können. Das Licht dürfte vielleicht ein bisschen schlecht sein. Fußbänken, Virginia, oder den Fuß leicht hochstellen. Der Fuß kommt drauf. Sitzt gerade auf der Stuhlkante. Dein rechter Arm landet in diesem Bereich etwa auf der Klampe, und zwar so, dass er relativ frei aufliegt. Das heißt, der Unterarm. Du bist natürlich über der Kante dabei. Deswegen drückst du nicht zu fest, sondern die Klampe nur ganz leicht bei. Die Gitarren hat es halt weit genug nach oben. Nicht so. Das machen, wenn du Elvis Presley heißen möchtest. Leg dich so, dass er ganz locker ist. Der Arm muss auch frei beweglich sein, während er hier so ein kleines bisschen Gegendruck kriegt. Du musst ihn nicht festdrücken. So, der eigentliche Druck entsteht dadurch, dass du greifst. Greifen zieht nach hinten. Und der Arm gibt das Gegengewicht. Wenn wir das jetzt mal auf unsere Übung anwenden, dann sieht das so aus. Oder andersrum. Okay. Relativ einfach. Mit Akkorden. E-Moll. Asus-Zwung. A-Moll. Und dann wieder zurück ins G-Moll. Probier's aus. Nicht zu fest Gegendrücken. Und dann sollte die Sache eigentlich funktionieren. Das war's. Tschüss. Ich save mich an.